Die Stadtwerke Schwarz sind ein junges Unternehmen mit langer Tradition. Die Wurzeln gehen zurück in das Jahr 1897, wo das Kraftwerk Vomperbach begonnen hat, elektrischen Strom für die Region Schwarz bis Innsbruck zu erzeugen. In unserem Stromnetzgebiet versorgen wir unsere Kunden mit 100 Prozent nachhaltigem Ökostrom aus Wasserkraft und Photovoltaikanlagen. Heute sind wir ein Unternehmen mit rund 80 Mitarbeitern in den Bereichen Strom, Elektroinstallationstechnik, Wasser- und Abwasserservices sowie Informationstechnologie. 15 überaus fleißige Lehrlinge unterstützen unsere Mitarbeiter. Wir installieren neueste Technologien für Industrie-, Gewerbe- und Privatkunden sowie auch für öffentliche Auftraggeber. Zunehmend gefragt sind Ladestationen für Elektrofahrzeuge, die wir im privaten und im öffentlichen Bereich errichten. Dabei ist es uns besonders wichtig, dass öffentliche Ladestationen registrierungsfrei über Bankomat oder Kreditkarten genutzt werden können. Auch wir als Betrieb setzen auf Elektromobilität mit unseren derzeit neun Elektroautos. Das zehnte ist schon bestellt. Apropos Innovation. Die Internetdienstleistungen unseres professionellen Teams werden demnächst auch in den Nachbargemeinden und im Zillertal über das LWL-Netz der Gemeinden verfügbar sein. Wir unterstützen damit aktiv den Breitbandausbau des Landes Tirol bis zu jedem Haushalt. Unser Ziel ist 100 Prozent zufriedene Kunden im klassischen Infrastrukturbereich als auch bei den neuen Geschäftsfeldern. Die freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Schwarz kümmern sich um die Anliegen der Kunden.